Was ist mit dem Einsetzen der neuen Zähne? Ja, Denterprin ist für mich jetzt ein Teil meiner Gesundheit, so würde ich es mal darstellen. Es ist ein Aspekt, dass man sagt, Zahnbehandlung, dafür steht Denterprin und ich scheue mich auch nicht letztendlich, wenn ich ein Problem habe, in irgendeiner Form wieder herzukommen und zu sagen, okay, bitte das oder jenes sozusagen nochmal anschauen, gucken.